Ich habe mit meiner Sauklau auseinandersetzen musste. Und sie hat das erstaunlich und bewundernswert mit Geduld und Gelassenheit hingenommen und super gelöst. Und dann voll schön. Soll ich das nochmal machen? Ja! Okay. Ah, komm. Was war das, was du machst? Video. Video. Ich mach... Ja, dann mach doch. Wir müssen diese Nebenstände so schön. Wir müssen diese Nebenstände leben. Das Lied danach ist dann... Die Verhebelung. Jawohl. Okay. Lehrer gibt's an jeder Schule. Es gibt Lasche, es gibt Kohle. Davon kann ich euch ein Liedchen singen. Sie gehört hier zu den Tassen. Bei gar nichts machen kann sie dich motivieren. Vor allen Dingen. Julia schön, so kann man's sagen. Souverän in allen Lagen. Sie bleibt... Ah, sorry. Nochmal. Sie bleibt mit dollig. Sie bleibt ruhig. Ihren Schulstoff zieht sie durch. Sie macht ihr dick. Egal, was die anderen sagen. Sie geht ihren Weg. Nur gerade nicht schräg. Keiner ist ihr egal. Sie macht ihr dick. Egal, was die anderen sagen. Was die Schwachen machen, ihr auch so raten. Es ist ihr egal. Sie macht ihr dick. Amen. Amen. ı